so hallo ich bin es wieder euer spiritueller anarchist wir kommen heute zum letzten antwort video an tony mahoni zum bedingungslosen kundeinkommen ja also ich und tony mahoni haben uns vereinbart bei facebook dass wir jetzt keine videos mehr machen sondern einfach die diskussion bei facebook beziehungsweise in youtube kommentar weiterführen ja es sind ja schon viele gedanken über videos ausgetauscht worden ja und diese ständigen videos also es ist ja doch ein bisschen aufwändig findet auch der tony mahoni deswegen jetzt mal so das abschlussstatement zu dem antwortvideo von tony mahoni ich gehe nun mal kurz auf ein paar so sachen ein was die behauptungen waren von tony mahoni ach ihr habt noch was vergessen tschuldigung tony hat noch mich gebeten dass er nicht mehr seinen stream pausieren sollte weil dadurch seine aussagen aus dem kontext gerissen werden ok das kann sein ich akzeptiere den wunsch von tony also deswegen mache ich das jetzt auch nicht mehr ich habe mir halt die stichpunkte jetzt aufgeschrieben und werde dann jetzt hier mal ein bisschen noch mal drauf eingehen also tony du sagst ja zum beispiel steuern sind raub massenmord ja dann noch mal meine frage an dich also gilt es auch für arme für die armen menschen oder gilt es nur für die firmen und für die reichen willst du also wenn jetzt man mit der aussage steuern sind raub in die konsequenz zieht dann bis zuletzt in konsequenz sieht und zieht dann ist es ja so dass die steuern ja ganz abgeschafft werden müssen und dann hätten wir ja kein staat mehr ja also ich sag wenn schon denn schon ja also wenn schon keine steuern dann bitte aber auch für alle bevölkerung schichten und nicht nur für die unternehmer dann hast du behauptet noch zum ende von dem antwortvideo das bge ist nicht geeignet für den unternehmergeist also sondern unternehmergeist setzt risikobereitschaft voraus frage ich mich warum also warum kann nicht auch ein mensch der mehr auf sicherheit geht und noch mehr auf sicherheit spielt nicht auch sich selbstständig machen also das sieht jetzt irgendwo nicht so ein also ich muss sagen natürlich ja in der jetzigen zeit braucht man vielleicht etwas mehr risikobereitschaft weil wir haben ja jetzt das bge nicht ja aber wenn wir das bge hätten könnten auch könnten wir auch könnten auch leute die bissl mehr auf sicherheit setzen auch sich selbstständig machen was tun ich stelle dir mal vor wir hätten eine welt wo jeder mensch seine eigene firma wäre sein eigener chef ja wo es keine herrschung keine bosse mehr gäbe jeder mensch ist auf gleicher augenhöhe ja verhandelt auf gleicher augenhöhe das wäre doch das perfekte ich meine dann gibt es keine ausbeutung mehr ja da braucht man auch keine gewerkschaften mehr das geht zählen von arbeitgebern gewerkschaften und so hat man gar nicht mehr jeder wäre sein eigener herr und dann wäre finde ich alles gut ja und die stütze oder die hilfe dazu wäre einfach das bge dass man den menschen die möglichkeit gibt ihre projekte ihre wünsche ihre träume zu verwirklichen also nicht nur selbstständigkeit vielleicht auch freiberuflich oder halt auch selbstversorgung zum beispiel beim selbstversorgerhof ja durch zum starten mit obst und gemüsebau hühner ziegen schafe und so weiter ja dass man sich autark den strom produziert durch solarpanelen und wasser regenwasser sammelt und sich möglichst autark von dem staat macht ja das wäre ja wie gesagt da habe ich ja gesagt das wäre so die schrittweise die also schrittweise weg zu einer he ja ok gut so dann haben wir noch was gehabt bei dir nur zum schluss also ja genau also jeder hat die freiheit nicht zu arbeiten bei uns ja das hatten die sklaven damals im römischen reich und damals bei der alpägypte auch nicht und ich sage da warum weil sie hatten die wahl sklaverei oder tod ja und bei uns ist es nur ein bisserl abgewandelt bei uns heißt entweder sklaverei entweder nimmt man jeden drecksjob an oder man sanktioniert einen bis zur obdachlosigkeit obdachlosigkeit heißt für viele menschen auch im winter draußen unter der brücke erfrieren ja also das heißt auch verlust der sozialen kontakte verlust ja einfach von von seiner lebensqualität ja und natürlich ist es ja auch eine wahl aber mei tony findest du das wirklich menschlich ja was würdest du sagen wenn du in die situation kommst also wenn du in die sat4 system reinkommen würdest ja also würdest du das als menschlich sein also wenn jetzt zum beispiel deine firma der geschäft nicht mehr funktioniert du kommst ins sat4 system und man druckt dich dann irgendwie in zeitarbeit rein also ich weiß nicht wie du dich da fühlen würdest also ich finde es nicht schön ja also gut ja genau und dann mit dem mittelstand noch da war noch was also du hast gesagt der mittelstand geht kaputt durch die ganzen regularien und so macht man den mittelstand kaputt du meinst eigentlich auch die mittelständischen unternehmen ja bezogen tony bezogen auf das bedingungslose grundeinkommen ist ja so dass es höchstens darum geht den spitzensteuersatz mal wieder ein bisserl anzuheben ja über jahre haben wir den spitzensteuersatz gesenkt ja der war mal in den der zeiten des wirtschaftswunders bei 80 prozent zu helmer kohl zeiten war der vermögenssteuersatz bei 53 prozent jetzt schon bei 42 prozent man hat den ohne zwang runter gesetzt ja sauerei eigentlich muss ich sagen sauerei ohne ende gibt es für mich auch gar keine vernünftige begründung ja also man hat bloß gesagt ja das würde die wirtschaft angrügel und so quatsch ja das geld das geld erreichen muss in den wirtschaftskreislauf in den konsumkreislauf hinein das kann nicht auf den konten der reichen gehortet sein ja weil das ist einfach nur totes kapital das kapital muss in den wirtschaftskreislauf und das ist am besten wenn man dann eben das geld auch den kleineren leuten also den mittelstand und den unterstichten auch zugänglich macht ja indem man den spitzensteuersatz anhebt ja das wäre jetzt also sowas und das sind aber die mittleren denn die bämpel ist firma da den mittelständischen unternehmen da sind auch davon gar nicht betroffen also wenn es wirklich so kleine butterdeckel firma sind ja mit maximal 40 leute wo dann überleben könnten dann fallen die da raus dann gehören die auf nicht zu dem bereich der spitzenverdiener ja spitzenverdiener sind die manager in den großkonzernen in den großbanken ja das sind spitzenverdiener die im jahr zum beispiel zehn millionen euro ja verdienen ja also toni das ist zehnmal im jahr im lotto geworden heilgott nein da kann ich doch ein bisschen was abgeben dass auch mehrere leute was davon haben und dass mehrere menschen damit also da können viele menschen damit wie soll ich sagen was anfangen damit und den reichen tut es ja nicht großartig schmerzt es ja nicht wenn sie da ein bisschen was abgeben von dem reichtum ja ich sag immer man kann nicht mehr wie fünf man kann bloß ein auto erfahren man kann nur ein paar schuhe anziehen man kann nur so und so viel an kleidung anziehen und tragen und so und mehr geht halt nicht und so und das immer mehr macht ja auch nicht glücklich ja also von dem her gesehen also das würde also das mit dem mittelständischen unternehmen dass die geschadet waren im gegenteil durch das bedingungslose grundeinkommen fallen einige regularien sogar weg ja wie zum beispiel der kündigungsschutz ist im prinzip nämlich nötig ja weil die personen die jetzt gekündigt werden jetzt in so einem mittelständischen unternehmen haben ja dann quasi den rettungsschirm bedingungsloses grundeinkommen ja wie gesagt das habe ich dir ja nochmal gesagt wichtig ist zu wissen wenn das bedingungslose grundeinkommen kommt wenn es diesen rettungsschirm für die menschen gibt dann kann man eine total neoliberale politik fahren also spielt keine rolle mehr solange die menschen gesichert werden kann man wirklich den wirtschaftsposen oder so alles was die fordern nachgeben spielt keine rolle ja aber es braucht diesen rettungsschirm ja so ja okay also nochmal deine grafik okay ihr habt deine grafik weiß jetzt wo sie zu finden ist ich guck mirs an versprochen ja also bloß lass mir ein bissl zeit ja dass sie darauf reagieren kann ja dann zum schluss von deinem video kamst du noch auf die flüchtlingspolitik auf die flüchtlinge ähm frage war sollen auch die flüchtlinge das bge dann bekommen da ohne da muss ich ja schon lachen also die flüchtlinge asylbewerber bekommen im prinzip schon das bedingungslose grundeinkommen ein flüchtling ein asylbewerber der nach deutschland bekommen kommt gibt sofort eine unterkunft gibt sofort kleidung gibt sofort asylgeld bedingungslos also ohne arbeitszwang zumindest das erste halbe jahr ja und es gibt ja noch andere bevölkerungsschichten die im prinzip sowas haben wie bedingungslose grundeinkommen also zum beispiel banken bänkel ja fahren sie die banken in den arsch und gut auf gut als gesagt kriegen sie staatliche unterstützung sieht man ja bankrettungen auch firmen können gelder beantragen wenn es nicht mehr so gut läuft ja und wo ich auch noch drauf gestoßen bin in israel gibt es ja auch das bedingungslose grundeinkommen äh für die orthodoxen juden also und trotzdem steht israel noch trotzdem geht nicht alles der bach nun durch ja israel äh trotzdem die wirtschaft läuft und alles ist ok ja also ähm das geld kommt ja auch immer wieder in den wirtschaftskreislauf zurück ja die orthodoxen juden geben das geld ja aus und so und von dem her läuft die wirtschaft und alles ist eigentlich ok soweit ja also was sagst du denn dazu ja die haben ja da auch das bedingungslose grundeinkommen also nur bei den harz 4 im finger zum beispiel da scheissen wir dann rum ja die sollen jeden dreckjob annehmen warum die asylbewerber dürfen nicht arbeiten ja also nur mal vom verhältnis her dürfen gar nicht arbeiten und den harz 4 im finger zwingt man zum arbeiten was macht das für einen sinn ja und die kriegen sofort eine wohnung ja also ich will jetzt auch nicht gegen flüchtlinge hetzen um gotts willen ja aber nur mal so vom verhältnis her das verhältnis stimmt nicht ja und das ist einfach nur mal mein schlusssatz ja also von dem her ist jetzt auch ein kurzes video das war es eigentlich schon soweit ähm ich wollte nur mal sagen ok tony das war jetzt eine ganz interessante diskussion das war ein ganz interessanter meinungsaustausch also von meiner seite aus shake hands das war echt ok es gab keine beleidigungen keine beschimpfungen ja auch keine rumgebrülle wie in so einem anderen videos da du weißt ja was ich mein gell also war echt ok also wir können auf jeden fall auf jeden fall weiter diskutieren bei facebook oder auch hier bei den youtube kommentaren also von meiner seite aus war das absolut in ordnung ja und zum bedingungslosen grundeinkommen ähm ich wollte nur mal sagen wie gesagt es gibt so viele andere personengruppen wie zum beispiel flüchtlinge ja zum teil und von dem her wo die welt von mal sagen bg wir schaffen das in diesem sinne in diesem sinne macht es gut und bis bald ciao